So und wir kommen zurück schon mal zu Ted of Grace F, bisschen zu schnell angestellt und ja, wir sind im Weltenauge, wo wir das letzte Mal gewaltig von Richard Paufe den Deckel bekommen haben. Und er sagt, der heilt sich auch noch. Bin ich nicht sehr begeistert von. Und ich sage auch, ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich das Spiel auf Böse durchspielen werde, weil jetzt fängt es an, wo wirklich auf Böse ziemlich schwer wird. Der Gegend war ein bisschen herrige Scheiß noch. Einfach. Jetzt wird das Böse oberböse. Ah, das ist auch wie die rechte Insel wie in Herd vorm Insel. Auf jeden Fall gehe ich jetzt immer ein bisschen einkaufen. Denn ich brauche definitiv was. Das ist genug zum Wiederbeleben und alles. Gibt es hier was zu Wiederbeleben? Äh, nein. Dann eben nicht. Tüte, tüte, tüte. Dann möchte ich noch weiterlaufen. Geht ja mal gar nicht. Auf jeden Fall brauche ich genug Belebungssachen. Ich werde ihn mindestens dreimal auf Böse versuchen. Ich werde immer jeden Boss dreimal auf versuchen, auf jeden Schwierigkeit grad zu besiegen. Wenn ich nicht schaffe, stelle ich in einen runter. Weil bevor ich da wirklich ein halbes Jahr dann sitze, hat er ja auch nicht wirklich das wahre. Weil ihr wollt ja auch was vom Spiel sehen. Und nicht immer nur, äh, nö, du kommst gar nicht voran, ey. Ich bin zu früh schlecht, ey. Das war ich auch, dass ich nicht bin, aber scheiß drauf. Mal objekte. Ja, gib mir... Okay, so fühlt euch gar nicht. Äh, mit ihm bewährt, dass der Fall bei Gebiet erscheint, falls du richtig... ...aufgut... ...ha... ich suche haben wir hier sonst nix dualisieren Salbei nein Platin tun wir mal was alle angeschlügt haben Angriff plus 4 machen wir das übergucken Joaah Gucken wir mal Ziel muss ja eigentlich bei dem sehr gut sein Hehe Himmelsdeutsch Oh das ist gut Geist plus 3 ist für die gut Platin Doppelklinge haben wir da etwas was sagt Ey ich mach dich wohl kaputt Und man macht Gantan haben wir noch was für schönes wie ein Kampfhandschuh Ich will mal was gelbes haben gelbe ist toll Grimmig passt Widerstand Ist immer gut Joa kriegst du auch direkt Du bekommst Du bekommst Du bekommst du Du kriegst ausweichen einfach Einfach Obwohl das war glaube ich gar nicht mal so schlau was ich gemacht habe Ach scheiß drauf Passt alles Passt alles Und du bekommst Oh ja Was netzes Die Frierbahn Mit Schwäche Bann Nö kein Geld für Scheiße Ähm Wie sieht hier mit Waffenrüstung aus Was Was Wir können unsere Laden wegen ein kleines Problem schieben Könnt ihr erst wenn es gelöst ist Tromachräder Futterwerk abgebaut Ich habe verloren seit der Mutter angriffen wurde Ja ok Ähm Gucken wir mal Vielleicht haben was ja Oh Tollerei Wenn du mich nicht fragst Wie lange war es dass du und Kurt angefangen haben die Revolution? Es war ungefähr 20 Jahre vor Und es war nicht nur wir Es gab eine andere Person in unsere platt auch Really? Warte, warte War es eine Frau? Ja Ok Tell uns alles über sie Uh Sharia? Uh Es ist schwer zu sagen Es war wirklich lange vor Er hat amnesia auch? Ich bin ein Lierer Ich glaube nicht Ich habe nie gesehen dass du so interessiert in ein anderer Manns Hast du gut mit diesem Asper? Ein anderer Mann? Ach wie herrlich Duda Ne Duda Ne Doch Duda Dann halt nicht Dann Duda Anfragen ansehen Ah Ja Ne Ist klar Wenn ich das versuchen bin Ähm Oh Den zu besiegen Das Letzt auf einfach Versucht ihn mal zu besiegen Auf dem Level Habt ihr keine Chance Duda Ich hab Ich hab was für dich Jemand hat sich um die Lage Ich hab's mir gekümmert Jetzt sind viele Gefahren Geschäfte Jaja Weil ich Eie 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 Ich will ja mal nix sagen doch du hast nur Scheiß Warte. Gune. Enem, enem, Mr. Rappel, den Deck ist. Ist doch scheißegal. Den hätte ich gerne dann rein. Und dualisieren. Platin. Oh. Wie viel Geld habe ich noch? Nicht viel. Ich bin ein klein wenig in Geldmangel, aber scheiß drauf. Und jetzt geht es nochmal zurück und jetzt kriege ich hier Richard Pau auf die Nase. Richard, ich komme und werde dich verprügeln. Gewaltig verprügeln. Ich hoffe, ich schaffe ihn jetzt direkt beim ersten Versuch. Das wäre super. Das wäre wunderbar. Aber ich bezweifle es. Ob ich ihn überhaupt in diesem Part bediegen werde, wird schwer. Wird sehr schwer. Ihr habt ja gesehen. Wow. Gerade eben noch. Haha. Hup. Habe ich ein Glück. Ich bin echt am Arsch mit dem Geld. Ich bin bankrott. Ich bin bankrott. Scheiße. Insolvent anmelden. Ein Held, der kein Geld mehr hat. Hm. Ich glaube, kommt euch öfters mal vor. Vor allem bei mir. Na ja, was tolls. Da, die rechte Ende da, wo ich vorbeifahre jetzt rechte, die kleinen, die, hab, finde ich hat eine Form von Herz ein bisschen, dumm Bündchen. Zumindest lasst mich in den Glauben. So. Jeder, was anderes sagt, hat Unrecht. Außer ist meine Freundin, die habe ich eh keine Chance, weil, wenn die was sagt und ich widerspreche ihr, dann... Nee, das kann ich ihr nicht antun. Nee. Dann wird sie gemein zu mir. Und das kann ich leider hier nicht erwähnen, was sie dann macht. So. Speichern. Weltenauge. Ich bin wieder da. Weltenauge. Du bist wunderbar. Speichert Systemdaten. Schön. Ich werde aber das Bla 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 überspringen. Spinnst. Du bist mein Gott. Die dasteckte... Flachflachschokke ist sehr effektiv gegen ihn, in Georgie. Zipi geh hier Oh, ich liebe Plasma-Schock Komm, mit Plasma-Schock kann ich es schaffen Ey Ach, ich liebe Plasma-Schock Wow Oh, Zipi geh butt Hehe Hehe Ach, ich liebe Plasma-Schock Das war's, ich liebe Plasma-Schock Yeah, Blurry Stop Ja, ich bin drauf Nein, das ist gut Your blood will fall like petals Bloody Rose Let the Spine skimp, de Mange Gotcha, Plasma-Schock Ich liebe Plasma-Schock Ich liebe Plasma-Schock Aha, ich bin auf der Duft Ich denke, ich liebe Plasma-Schotts. Oh, das sieht gut aus. Komm! Äh, er hat nicht mehr viel. Oh, das Schöp! Ey! Komm! Ach, verdammt! Ich wollte meine Spezialfähigkeit 1-2-2-1! Nein! Ah, schön, Fehler und Vorausspunkte. So, so schafft man ihm auch böse. Wie geil! Wow! Wie die ein... Oh, ich sag ja, ich liebe Plasma-Schock. Ja, okay. Mir ist später eingefallen, dass Plasma-Schock sehr effektiv gegeben ist. Oh, ich habe es so weit gemacht. Oh, ich habe es gesehen. Oh, ich habe es dann zu weit gemacht. Oh, ich habe es gesagt! Das ist so tief. Gelächter, weshalb er das Körper ausgehen muss. Oh, ich habe es schon. Oh, ich habe es geheim. Was ist da nur los? Ist das du? Richard? Das ist eine Falle. Ich bin hier für dich. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Du bist mein Freund. Ich war da. Ich will dich wiederholen. Proto? Proto? Wir sahen diesen Namen im Archive der Wissen. Nein, du bist falsch. Ich bin... Ich bin Sophie. Richard. Ich habe einen Komi bekommen. Dann wird alles in Ordnung sein. Oder? Oh, Sophie. Oh, Sophie. Oder war es ernst? Äh... Nein? Ernsthaft? Musste das jetzt sein? Musste das jetzt sein? Mal... Das ist meine zweite Heilerin. Sophie! Du Arsch! Mal eine zweite Heilerin. Ernsthaft jetzt? Musste das sein? Was? Sophie! Sophie! Talk to me! Bitte öffne deine Augen! Nein! Sophie! Bitte öffne deine Augen! Du verdammtes Arschloch! Ich kann es! Ich kann es! Oh, sie kwit! Everyone run! Wenn wir jetzt nicht gehen, dann werden wir es nicht aus hier leben! Sophie! 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 Azna! Wir müssen gehen! Verdammt! Warum müssen die Böder in Brutto und Dämisch jetzt lachen haben? Bock? Du bist kein h schlau! 對! Du verwugt! hopefully wir haben Geld maus und alles wieder bekommen. Wot f*** ist das? Tricksal derination aus. aber ich muss ja so rüberkommen, so wie ich es nicht weiß. Das habt ihr nicht überhört. Es wäre jetzt eigentlich praktisch zu sagen, ich beende jetzt hier den Part. Aber ich glaube, ich unterhalte euch jetzt noch ein bisschen, denn wie es weitergeht und alles, das wäre mein nächster Part erfahren. Ich weiß, ich bin gemein. Ihr könnt ja gerne meiner Freundin schreiben. Aha, ihr habt keinen YouTube-Account, so ein Scheiß. Muss ich noch zu bringen, dass ihr einen YouTube-Account habt. Damit ihr dann, wenn ich gemeint für euch bin, so, solche, obwohl, sollte die erste Folge, die zweite Folge kommt gleich hinterher. Scheiße. Eigentäuschhausen. Fuck. Oder, ich mache jeden Tag einen Part. Dann habt ihr erst Sonntag was davon. Ja, ich glaube, das war ich jetzt mal aus und weiter. Um einfach die Spannung größer zu halten. Ich bin ein Arschloch. Aber, ich sage auf jeden Fall, das war für heute Ted auf Great Df. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.